Moin, das heutige Video soll ganz schnell sein und wir werden heute mal gucken, wie man am besten Poppy countert. Und zwar so. Das sah doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Der Trick lag ganz einfach darin, eine Karma mit Poppys Ulti zu versehen und diese Karma muss ihre Ulti aktivieren und dann ein W auf einen Verbündeten. Dadurch bekommt sie enorm viel wiederholten Schaden und stirbt. Witzigerweise hat dieser Trick nur bei den violetten Team geklappt und bei mir leider nicht. Falls ihr noch einige Bugs kennt, die immer noch funktionieren, schreibt es ganz einfach unten in die Kommentare und wir werden diese ganz einfach im Spiel testen. Tschüss!